Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Barcelona plant, Ferienwohnungen innerhalb von fünf Jahren abzuschaffen. Die Stadt hat Maßnahmen angekündigt, um die andauernde Wohnungsnot zu lindern. Die Entscheidung erfolgt nach Protesten von Einwohnern, die über steigende Mietpreise und sinkende Wohnungsverfügbarkeit besorgt sind. Die Stadtverwaltung ist der Ansicht, dass die kommerzielle Vermietung von Wohnungen an Touristen einen erheblichen Beitrag zu diesem Problem leistet. Im Jahr 2018 wurden Pläne zur Regulierung von Ferienwohnungen vorgestellt, doch der bisherige Erfolg dieser Maßnahmen war bescheiden. Der Bürgermeister von Barcelona, Ada Colau, hat nun einen umfassenderen Plan angekündigt, der darauf abzielt, die Zahl der Ferienwohnungen drastisch zu reduzieren. Wir müssen die Stadt wieder an ihre Bürger zurückgeben. Tourismus ist wichtig, aber nicht auf Kosten des Wohnrechts der Einwohner, erklärte Colau in einer Pressekonferenz. The new reform package provides that no new licenses for holiday apartments will be issued from 2024 onwards. Existing licenses will be more strictly controlled and will not be renewed after their expiration. Apartments that are illegally used as holiday accommodations will be subject to high fines and will be closed after a short deadline. Die Stadtverwaltung plant auch Maßnahmen zur Unterstützung der Mieter. Subventionen für den Bau von bezahlbaren Wohnungen sollen bereitgestellt und Mietpreis-Obergrenzen eingeführt werden. Illegal als Ferienwohnungen genutzte Häuser sollen von der Stadt aufgekauft und in erschwinglichen Wohnraum umgewandelt werden. Ein Bericht von El Pais zeigt, dass sich die Zahl der Ferienwohnungen in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass viele Einheimische aufgrund der steigenden Kosten gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen. Die Mieten sind um bis zu 30 Prozent gestiegen, was die Stadt für viele unerschwinglich gemacht hat. Laut einer Studie der Universität Barcelona haben Ferienwohnungen auch einen signifikanten Einfluss auf die Wohnlage in der Stadt. Der Bericht zeigte, dass Viertel wie Barceloneta und El Raval besonders betroffen sind, da dort der Anteil von Ferienwohnungen besonders hoch ist. Einheimische haben immer wieder über Lärmbelästigung und den Verlust von Gemeinschaftsgefühl geklagt. Einige Nachbarschaftsvereine haben sogar Petitionen gestartet, um gegen den unkontrollierten Anstieg der Ferienwohnungen vorzugehen. Tourismusunternehmer sehen die neuen Regelungen kritisch. Josep Ramirez, Präsident des Verbandes der Ferienwohnungsanbieter, argumentiert, Touristen bringen eine wichtige wirtschaftliche Stütze in die Stadt und viele Familien leben vom Einnahmentourismus. Die neuen Regelungen gefährden diese Einnahmequelle und setzen viele Arbeitsplätze aufs Spiel. Auf der anderen Seite argumentieren Befürworter der Regelungen, dass der Verlust von Ferienwohnungen durch die Förderung eines verantwortungsvolleren und nachhaltigeren Tourismusmodells ausgeglichen werden kann. Wir wollen den Tourismus nicht komplett verbannen, sondern in eine Richtung lenken, die für uns alle erträglich ist, betonte Kolau. Das Ziel ist es, eine Balance zu finden, die sowohl die Bedürfnisse der Einwohner respektiert, als auch dem wirtschaftlichen Nutzen des Tourismus Rechnung trägt. Unterstützt wird die Stadtverwaltung von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, die sich für soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen. Ein Vertreter der NGO Habitat International erklärte, dass Barcelona ein Vorbild für andere Städte sein kann, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Es bleibt abzuwarten, wie effektiv die neuen Maßnahmen sein werden und wie sich die verschiedenen Interessengruppen darauf einstellen. Es ist jedoch klar, dass eine Lösung gefunden werden muss, um die Wohnsituation in Barcelona zu verbessern. Quelle El Pais, Universität Barcelona, Habitat International, ins Freitag, 21. Juni 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.